Als ich mich am 14. September 1982 auf der Wehrkreisstelle melde, bin ich mindestens drei Stunden zu spät. Ein Mann in Uniform nimmt mir meinen Personalausweis und den Musterungsbefehl ab. Dabei erklärt er, sehen Sie diesen Tag als Ihren ersten in der Nationalen Volksarmee? Er blickt auf die Uhr und fügt mit vorwurfsvoller Stimme hinzu, Pünktlichkeit ist bei uns Pflicht. Dann schickt er mich in einen extra Raum, an dessen Wänden Fotos von Panzern und Raketenwerfern hängen. Als mein Name aufgerufen wird, ist mir ziemlich mulmig. Ich trete in ein Zimmer, das nicht sehr groß, aber voll ist. Vor mir sitzen sieben Männer und Frauen. Nicht alle sind von der Armee. Eine Frau ist dabei, die keine Uniform trägt. Und ganz am Rand des langen Tisches sitzen zwei junge Männer, ebenfalls in Zivil. Sie schreiben die ganze Zeit über mit. Der Mann in der Mitte trägt an seiner Uniform mehrere Abzeichen. Er strahlt wie ein Kind, als er auf meine Haare zeigt. Die kommen dann aber runter. Sein Nebenmann nickt schon eifrig und hält den Bogen in die Luft, den ich damals zur Anmeldung für die Fahrerlaubnis ausgefüllt hatte. Sie haben sich ja schon bereit erklärt, für drei Jahre in unserer Volksarmee zu dienen. Nein, ich denke nur, ich wusste es. Dann sage ich vorsichtig, ich hatte damals mein Interesse bekundet. Und nun? Nicht mehr. Danach ist Stille. Ich frage mich, was wohl in ihm vorgeht. Seine Stimme klingt gefährlich, ruhig, als er nach einer Weile fragt. Würden Sie uns auch noch verraten, warum? Warum? Ich bin inzwischen Pazifist geworden, sage ich, und spüre, wie sich mein Herzschlag verdoppelt. Ich meine, obwohl Sie sich am liebsten als die größten Friedensengel der Welt ausgeben, reagieren die Kommunisten auf das Wort Pazifist immer wie auf, kontrarevolutionär. Wer Ihren Staat nicht verteidigen will, der steht nicht auf Ihrer Seite. Und wer nicht auf Ihrer Seite steht, der muss sich fragen lassen, wie sind Sie denn zu dieser Einstellung gekommen? Durch eigenes Nachdenken. Er sieht mich an, als hätte er noch nie davon gehört. Ich mache es ihm ein bisschen leichter und gebe noch zu. Und durch Bücher und Filme über den Krieg und... Es sind gleich drei, die mir fast gleichzeitig ins Wort fallen. Was für Bücher? Was für Filme? Wo haben Sie die denn her? Ja, ich antworte hintereinander. Am Ende des Tisches wird fleißig mitgeschrieben, bis ich zum Schluss das alles Entscheidende sage. Deshalb möchte ich zu den Bausoldaten. Bausoldaten werden die genannt, die den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen verweigern. Sie gehören genauso zur NVA wie die, die sich das nicht trauen. Allerdings müssen sie nicht durch den Wald rennen und üben, wie man tötet. Sie lassen sich stattdessen die Schützengräben ausheben, die Munition fahren oder auf Großbaustellen schuften, ohne dass man irgendwelche Rechte dabei hätte. Geschichten darüber hat jeder schon gehört, ich auch. Aber ich weiß auch, dass die Roten diejenigen, die sich als Bausoldaten melden, zur Strafe gern erst später einziehen. Mit mir wollen Sie da keine Ausnahme machen. Dann werden Sie erst einberufen, wenn Sie 23 sind oder vielleicht 25 und eine Familie haben und Kinder. Überlegen Sie sich das doch nochmal. Ich schüttle nur mit dem Kopf. Bis dahin sind es noch mindestens fünf Jahre, in denen kann alles Mögliche passieren.